Ich hoffe, Sie tanzen so gut, wie Sie sich kleiden. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Sie und ich, wir sind gar nicht zu verschieden, Agent Archive. Etwas Hilfe, bitte. Sekunde. Das Buch ist fantastisch, Schatz. Was passiert als nächstes? Das nennt man Cliffhanger, Mutter. Ellie. Das nennt man Ausrede. Wow, hey, da ist eine Katze drin. Oh mein Gott, Sie sind die verdammte Ellie Conway. Die Autorin der Argyle-Reihe, Ellie Conway. Ich bin so ein großer Fan. Oh ja, und was machen Sie? Spionage. Bekomme ich ein Autogramm? Los geht's. Ich liebe dieses Buch. Kommen Sie! Wer sind diese Menschen? Echte Spione. Warum interessieren Sie sich für mich? Weil Sie eine gottverdammte Wahrsagerin sind, Ellie. Was Sie in Ihrem neuen Buch geschrieben haben, ist eingetreten. Sie haben in ein Westenest gestochen, von dem Sie nicht mal was wussten. Ich stecke in mächtigen Schwierigkeiten, Mom. Oh, jetzt experimentierst du also mit Drogen. Alle Kräfte werden auf Sie angesetzt. Ich will, dass sie das nächste Kapitel schreibt. Gott, ich hasse diese Katze. Darf ich Ihnen vorstellen? Der echte Agent Argyle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.